hier lag doch oben auf welches also nicht hören ist nicht hören ist so schwierig nicht hören ist so schwer wo das ist so anders schwierig das als wenn du als wenn du nicht sehen kann nachts ich glaube hier an der stelle wäre das bessere play gewesen oder das clevere einfach den juice von den beiden einpacken die man da gesehen hat und dann rausgehen ich glaube das wäre an der stelle das bessere play gewesen weil da lag viel scheiße rum aber da wir ja die kills brauchen naja ist halt ein bisschen unangenehm dass der ein bisschen unangenehm dass die m4 und die fall in meine richtung mussten und nicht in die andere naja trotzdem guter fall und ist halt ein ein bisschen limitiert mit man ist halt ein bisschen limitiert mit der hot wind oder mit kopfhörer höre ich alles also mit kopfhörer höre ich wirklich alles also da kannst du ohne also mit kopfhörer kannst du nur wenn ich nebenbei rede oder ich selber irgendwie abgelenkt bin kannst du hast du eine chance ansonsten höre ich was alles also wirklich alles glas und wenn du dich nur auf boden drehst und schleichst höre ich alles herr johnson den epsilon container bekommst du wenn du die quest reihe panischer fertig macht bei braboren ich hätte doch meinem ersten instinkt folgen sollen und hochgehen sollen hinten den berg und mich da irgendwie anschleichen oh ich habe leid sporen und nur ein bisschen 15 sekunden weil die meisten warten locker zwei bis sechs wochen bei meiner emote zeichnerin die weiß du mal ganz genau die kriegst fast pass und trinkgeld obendrauf und dafür macht sie das aber dann auch zügig very zügig deswegen lasse ich das auch mal machen bei ihr die sollen ja auch hier geld verdienen geben was sie machen geben was sie machen das habe ich mir auch schon gefragt ob die uhr neu ist war sonst eigentlich immer analog das habe ich mir auch schon länger hier warum ich nicht sehe ob ich hier schon hallo gesagt habe Okay. Oh, I ain't a hot fish, but Dan! Red Rot 7-1 leider Dreadrude sieht man leider hinten noch nicht. Ist das noch draußen oder schon drinnen? Hört sich so ein bisschen an wie draußen davor. Oh. Alles klar, boys. Alles klar, boys. Was? Ja. 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 Hm, nicht ganz sicher. Das ist doch Ticket, aber wo ist denn das? Das ist doch Ticket, aber das ist doch Ticket. Das ist so dicke hier draußen irgendwo, das ist so hinten an der Ecke. Jetzt ist er drinnen. Aber warum hat der Nate's noch da hinten geschmissen, frage ich mich gerade. Ne, 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 der war draußen, hat irgendwo nach hier hinten geschossen. Irgendwo hat der hier hinten den Nate hingeschmissen. Wo machen wir? Ja. For whatever reason. Na ja, guter Adewall. 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 Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Der Dude weiß, was er macht. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ja, guter Adewall. Kein Interesse. So gar nicht. So überhaupt gar keinen Bock drauf. Ganz verschwindet das Geld. Um das Schottel da rein zu gehen. Weil die Wahl hat jetzt die AK down. Äh, Sonico, moin. So viele ehrenlose Spieler heute. Siegt mit seiner VSS im Busch und tötet mich. Ich bin jetzt viermal in Folge wegen solchen Mongos gestorben. Richtig mad gerade. Oh, dann musst du die aber immer noch nicht Mongos nennen und ehrenlos. Der Pack hat das mit ehrenlos. Der Pack hat das mit ehren zu tun. Vielleicht hat er dich auch einfach nur gehört. No need to call them Mongos. Nanu? ja nur maxi moin ne ein bock auf die wahl da habe ich kein bock drauf also zumindest nicht in dorms ich frage mich immer noch wie die vss gestorben ist die sks wollen das freut mich immer noch das frage ich mich immer noch wie die gestorben ist da wäre ich nicht schlau draus ob die von der nade geplatzt ist oh gott dieses tag aufnimmt und gibt dingen ach Gott wenn ich das lese ach ach wie viel brauchen wir eigentlich noch? vier glaube ich ne vier killt ja oh ha doozy boys kind of Hedgling, kind of Pistling style, ne? it seems we know not the big boys in the hood but the whole whole thing is, is that people can come in Kann ich offer my assistance? Kann ich den? Hitspuck Oh, 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 oh. Gott, ich bin heute so cheeky, also wirklich cheeky. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. denn da war eine granate drinnen aus hieß in life excuse me officer war die granate da die granate war davor oder weil die davor ich habe doch seine näht reingeschmissen ich habe mich auch erschrocken an unter mit dem habe ich nicht gerechnet aber war die granate da nicht hinten drin die muss davor gewesen sein sonst kann ich mir das nicht erklären dass er nicht tot war die war nicht drinne ich glaube ich glaube nicht dass sie drinne war sonst würde das na gut okay aber hat er schön gewartet der kleine vss man sieht gut gut das ist ein richtiges investment heute hier wie sieht es morgen aus war so dann schaue ich morgen dein stream ich habe mir also noch nicht mal angeholt ich weiß noch nicht wie das aussieht ich sage ich gehe nicht angezogen weil ich so geht es machen muss kobe für die quest was wollte ich jetzt mal so genau benzin die alte regel da ist immer noch einer mehr du ohne scheiße man hört nichts du musst dich wirklich so hart fokussieren und suchen und gucken und machen und du hast nichts man hätte ihn bestimmt hätte man ihn gehört irgendwie rischeln oder rascheln oder so irgendwie ja aber ich kann dir sagen aus fünf jahren variety stream blizzard activision ist nicht super nice kann ich dir jetzt schon sagen kann ich dir jetzt schon sagen kann ich dir mit ganz ganz großer wahrscheinlichkeit sagen wird zwei wochen gespielt und dann kommt wieder irgendwie ein haken raus dass du wahrscheinlich die todes breiten muss und dann musst du geld ausgeben oder so also es wird nicht das neue ford nein obwohl sie das wahrscheinlich gerne möchten weil sie wir hätten noch money von den action was brauche ich denn mach mal ein halb nicht kaputt ich bin da ein bisschen misstrauisch du ich bin da ein bisschen misstrauisch was blizzard und ding dran gehen und co die ich freue mich wenn wir wieder mit kopfhörern spielen können ja freue ich mich schon wieder drauf schön wir müssen jetzt noch machen ich glaube drei oder so ja ich glaube drei müssen wir noch machen oder ja drei ist noch mal haben vielleicht schaffen wir jetzt ja drei oder so ich glaube drei pits linge eigentlich kann ich 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 Da ist gerade einer rübergesprungen. Oh, he dead. Ist he? Nope. He's not dead. Das sah kurz in Momento aus. Das sah kurz aus. Das sah kurz aus. Das sah kurz in Momento aus. Ich weiß nicht, ob wir den getroffen haben. Das sah kurz in Momento aus. Das sah kurz in Momento aus. Das sah kurz in Momento aus. Untertitelung des ZDF, 2020